So, gut, dass man sogar auf den Zug kann. Das ist ja super. Oh, da oben sollten wir auf jeden Fall gucken gehen. Ich fahr schon mal ein Stück vor. So. Das sieht sehr geil aus. Quietsch! Holy shit! Ein fliegender... Das war auch mal ein Zug. Das ist auf jeden Fall ein Frontwagen. Das ist definitiv irgendein Frontwagen. Reicht das? Oder ist das zu weit? Ah ja, ich kann mich ja hier dran nudeln. Wenn ich das mal so sagen darf. Ja, das war auf jeden Fall mal ein Wagen. Der ist irgendwie entgleist. Warum auch immer. Keine Ahnung. Sehr, sehr... Sehr, sehr merkwürdig. Naja, gut. So, warte. Da nehmen wir Holz mit. Ist hier eine Kiste? Oh ja. Oh. Oh, hallo. Kohle sogar. Ich werde bekloppt. Ist hier sonst noch was? Frau Winsch? Okay, die Kisten bleiben aber bestehen, ne? Da ist aber sonst, glaube ich, jetzt nichts, oder? Ist jetzt nur... Es sieht zumindest nicht danach aus, als wäre hier... Oder? Ist da irgendwo noch eine... Ne. Guck mal, ich gucke noch mal. Sehe ich da irgendwo noch eine andere Kiste? Ne, ne? Unten drunter? Ne. Ne, leider, leider nein. Aber wie detailliert das auch ist, ne? Heftig. Okay, da hinten geht es in eine Kurve. Aber da ist jetzt auch nichts in Aussicht. So, back to the train. Er hat auch wieder Wut für uns. Sehr schön. Können wir verbraten oder erstmal sammeln. So, wo waren wir denn stehen geblieben? Zahnräder. Not enough space. Ah ja, stimmt. Dann... Chemikalien. Können wir wegpacken. Kupfer. Da... Brauchen wir nochmal Kupferbarren? Ich weiß nicht. Ich packe es erstmal weg. Genau wie die Stahlbarren. Die Kohle packe ich auch weg. Sehr schön, dass wir nochmal einen Kohlekolumpen gefunden haben. Äh... Eis. Ja, kann auch weg. Roh trinken. Dahin. Leder. Leder, 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 Leder. Leder 2. Jo. Gut. Äh... Holz lasse ich mal auf Tash. Beziehungsweise... Weißt du was? Dann haben wir es voll. Ähm... Was brauchen wir denn jetzt alles? Wir haben die Pipes. Wir haben die... Die Barren. Die drei Zahnräder müssen wir noch abnehmen, ne? So. Dann können wir das researchen. Dann ist das auch fertig. Boiler Upgrade. Das können wir ja sowieso wahrscheinlich nur im Depot machen, schätze ich mal. Gehe ich mal ganz stark von aus. So, viermal Schrauben, viermal Leder haben wir und viermal Kupferdraht. Also Kupferspule. Brauchen wir vier Barren. Zwei. Zwei. Äh... Viermal Leder. Habe ich gerade weggepackt. Viermal. Und was war das noch? Viermal Schrauben, ne? Das heißt, wir brauchen... Nochmal... Viermal Metallbarren. Also zwei muss ich noch machen. Das wird sowieso nicht reichen, vom Dings her. Äh... Viermal. Leder ist ja einfach. Das haben wir ja. Aber hier wird jetzt gleich das Holz ausgehen. Jupp. Und wir haben kein Holz. Aber vielleicht kriegen wir nochmal Holz. Er ist gerade am Kotzen. Bitte. Nein, Scrap Metal. Ohne Momento. Hat er vielleicht nochmal Holz für uns? Ich bin sparsam und knauserig aktuell mit Holz. Weil wir so viel verbraucht hatten beim Umbauen. Bei der großen Umbauaktion. Äh... Was ist mit ihm hinten? Friedhelm! Nein. Okay. Ähm... Komm, scheiß drauf. Haben wir nur zwei Kisten voll mit Holz? Ja. Eins. Zwei. Okay, das wäre die dritte. Drei Kisten nochmal voll mit Holz. Okay, es geht. Also wir haben jetzt nicht... Nicht dermaßen wenig Holz, aber... Ne? So. Dann brauchen wir vier Schrauben. Sagst du? Sehr schön. Gut. Vier Schräubchen. Und dann können wir das auch researchen. Dann bin ich mal gespannt, was als nächstes kommt. Also auf dem Research Table. Also ich sag... Ich sag jetzt mal, es kommt eine Küche. Eine neue. Haben wir schon eine neue Küche? Ne, ne? Oder? Haben wir ja nicht bekommen, ne? Oder? Schmelter. Küche eins. Lab eins. Vielleicht auch Lab zwei. Könnte ich mir vorstellen. Weil Schmelze zwei haben wir bekommen. Workbench zwei haben wir bekommen. Entweder ist es Lab zwei, Küche zwei oder... Ja. Armory zwei könnte es auch sein. Wir gucken mal, was es sein wird. Lassen wir uns mal überraschen. Bing. Lab zwei. Was habe ich gesagt? Tickner? Was ist das denn? Unlock Blue Plate Thickener? Was ist denn Fickener? Oder Thickener? Oh, Bretter. Woody. Studi. Stardewood. Cool. Emotional synthness. Reduce Fuel Cost bei 25% in all labs. Okay. Ich weiß nicht, was das ist. Das sieht aus irgendwie wie eine Ressource, glaube ich. Das könnte eine Ressource sein. Boah, da müssen wir jetzt mal gucken. Phase 16. Leck mich fett. Äh. Gut. Ich würde erstmal... Ach, ich bin so doof. Das war ein Eisenbarren da hinten, ne? Die Kiste, oder? Das war noch nicht Metallbarren. Das war ein Eisenbarren, ne? Die Kiste, die ich hier gemacht hatte, oder? Eisenbarren 2. Das war ein Eisenbarren, ne? Dann mache ich das hier so. Okay. Oh, nee. Warte mal, da fehlt noch. Da fehlt schon 5. Dann packen wir die da rein. So, dann... Holz. Machen wir jetzt voll. Ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal wieder an ein bisschen, bevor wir jetzt weiter basteln. Äh... Haben wir den bei der Workbench jetzt hier? Ah ja, können wir herstellen. Brass Wire. Bolzen können wir auch herstellen jetzt. Study Boards Bolzen. Wofür das Holz ist, weiß ich nicht. Bin ich mal sehr gespannt. So, ich würde sagen, wir sammeln weiter. Danke fürs Scrap Metal. Erstmal jetzt auf Sammeltour gehen. So. So. Wir brauchen eigentlich wieder alles, ne? Trinken und essen sehe ich gerade unten an unserer Anzeige. Müssen wir auch, Denise. Was ist das? Zink. Wir müssen aufpassen, dass wir vielleicht immer wieder so einen Kohleklumpen kriegen. Oder einen Eisklumpen. Nehme ich auch. Essen. Ja, essen. Nahrung. Holz. Alles mitnehmen. Das geht mir gerade schon wieder ein bisschen zu schnell hier alles. Quietsch. So. Warte. Na, haben wir Essen? Da war, glaube ich, noch irgendwas am Leuchten, ne? Ja, nochmal Eis. Eis Crusher können wir direkt benutzen gleich. Dann können wir uns nochmal eben schnell um Essen und Trinken kümmern. Ist hier sonst noch was, was ich übersehen habe? Leuchtet irgendwo noch was? Hier hinter vielleicht? Nein. Nein. Hier unten. Nein. Ich glaube, soweit haben wir, glaube ich, alles gesammelt, oder? Glaube ja. Sieht zumindest danach aus. So, moin. 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 Lass mal gucken. Äh, Food. Wo wir ein Reißstock herstellen. Sehr schön. Äh, ich gehe mal währenddessen Eiscrushen hier. Ach ja. Ich wollte jetzt eigentlich nach hinten laufen. Tatsächlich ist mir gar nicht mehr bewusst, dass wir das nach vorne gegogelt haben. Wir waren, das war ja immer hinten im Waggon. Deswegen wollte ich jetzt eigentlich sagen, ja, ich gehe mal eben nach hinten Eiscrushen, während das hier läuft. Aber tatsächlich brauchen wir das ja nicht mehr. Haha. So, sehr schön. Ähm. Was haben wir denn? Oh ja, Eisenträgen müssen wir auf jeden Fall. Wir müssen zuerst mal demnächst auch wieder ein bisschen Rüstung bauen. Also Rüstung und Munition. Haben wir noch die... Die müssen wir eigentlich noch haben, ne? Die Verbände und den ganzen Kram, ne? Ich glaube, den ganzen Krempel haben wir, glaube ich, noch. Ich meine, ich meine, das haben wir noch. So. Eins. Ready. Trinken. Trinken. Natürlich. Äh. Ja. Müssen wir so ein bisschen was auf Vorrat herstellen wieder, ne? Gehen nochmal mit. Nur so, weil wir es können. Das dauert ein Weilchen. Gleich nochmal ein bisschen Holz nachlegen. Ja. Ah, will ich nochmal ein 5er Stack mitnehmen. Weiß nicht, ob ich einfach mal einen Kohlebrocken rein... komm, weißt du was? Wir schmeißen einfach mal einen Kohlebrocken rein, bevor wir jetzt immer hier Holz verblasen. Ganz ehrlich, wir haben jetzt auch ein bisschen davon. Nicht viel, aber ich würde jetzt einfach mal hier split half und dann fertig. Und dann schmeißen wir den Kohle rein, weil es hält ja länger. Es muss ja auch aktuell länger halten. So, Take. Den habe ich jetzt auf Tash, ne? Ja, okay. Weil das ist noch ein bisschen verbuggt zwischendurch. Change. Kohle. Und jetzt machen wir hier nochmal Wasser. Warte, ich nehme das mal eben raus da. Und dann mache ich hier mal mit dem hier 5 Stück. Und das hält wesentlich länger. Definitiv. Auf jeden Fall. Ich habe noch Kohle auf Tash. Ist nicht so schlimm. So, ich sortiere das mal gerade. Okay. Äh... Was ist mit Freetail? Hinten hat er ein bisschen was gesammelt. Jo. Rap Metal. Sehr schön. Mal ein bisschen einsortieren. Während das hier gerade noch läuft. So. Ich würde mal eben trinken. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Trinken ist voll. Essen. 1, 2, 3. Müssen wir tatsächlich noch mal hinten was rausholen. Oder beziehungsweise mal so ein Schnitzel essen. Zwei Stück. Dann sind wir gesättigt. Ja, wir sind gesättigt. Okay. Er meckert rum wegen Kohle. Wer haben wir noch einen? So. Pick up. Na, komm. Sehr schön. So. Dann würde ich noch mal die andere herstellen. Ein Stück. Einfach auf Vorrat. Ich düse mal weiter so lange. Nein. Mach immer denselben Fehler. Tschu, tschu. Natürlich sammeln wir weiter. Natürlich sammeln wir natürlich auch weiterhin Essen und alles. Zink brauche ich nicht mitnehmen. Chemikalien ja gerne. Ich habe Angst, irgendwo vorbeizufahren, ne? Ich muss auch so ein bisschen auf Minen aufpassen. Das ist wichtig. Holz ist jetzt wieder echt weniger, ne? Hier im Void, oder? Kann das sein? Oder fühle ich das jetzt gerade nur so, weil es sich so anfühlt, weil wir so wenig haben? Vielleicht deswegen. War das richtiges Deutsch gerade? Ich weiß es nicht. Fühlt es sich so an, weil ich es fühle, weil ich so wenig habe? Ist das richtiges Deutsch, was ich da gesagt habe? Oh, warte mal. Bevor der Zug jetzt unaufhaltsam weiterfährt. Das möchte ich noch mitnehmen. Und dann können wir nochmal eben schnell nach Dings gucken. Ich weiß, es ist blöd, dass ich immer wieder anhalte. Aber ganz ehrlich. Wir müssen ja hier auch ein bisschen ums Überleben kämpfen, ne? Schon alle. Komm, let's go. Ja komm, das warten wir nochmal eben ab, die paar Sekunden. Ich bin gespannt, was wir noch von denen kriegen, wenn wir noch ein paar Pilze sammeln, Denise. Was für Blueprints. So, nichtsdestotrotz. Produzieren wir jetzt erstmal Essen. So. Okay. Let's go. Äh. Ja, weiterfahren. Ich komme. Ja. Jetzt auch nochmal. Trinken. Ich komme. Das ist so göttlich, ne? Hier dieses Ding. Wir werden wahrscheinlich wieder zu viel Chemikalien haben. Weil wir ja mehr Chemikalien in dem Void haben. Auch mehr Shark-Attacks. Ich bin gespannt. 15% ist schon viel. Uh, da ist Holz. Einmal um die Kurve, danke. Ich bin gespannt, was hier noch alles kommt. Lass uns mal überraschen. Nachdem wir ja jetzt so großartig hier... Ja komm, Chemikalien einmal nehm ich noch mit. Müssen wir gleich mal gucken, wie voll wir das haben alles. Ich werde sowieso genug liegen gelassen haben hier. Da würde ich verwetten. Ne, nehm ich jetzt nicht mit. Sie ich nicht. Da bin ich jetzt schon wieder so ein bisschen... Oh. Oh. Holy Shit. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist... Arena-Kampf. Jo. Das sieht aus, als würden wir mit dem Vögelchen wieder fliegen. Wir können Kisten organisieren. Heißt für uns... Wir müssen uns aufrüsten. Komme was wolle. Wir müssen... Aufrüsten. Aber sowas von. Wir müssen uns aufrüsten. Wir müssen uns aufregnen.